Untertitelung des ZDF, 2020 Kuckuck, gefällt aus? Kuckuck! 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 Schießt den eigenen Mann an, gell? Ja. Kuckuck! 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 Jaaa! 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 Super! Jaaa! 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 Wof res! Jaaa! Kom weiter! Also wenn der Stöcke Elfmeter war, dann wäre ich schockig! Ja, willst du gucken? Der schießt den Ball aufs Tor, ja. Der hat den Müller A 10.000 Uhr gemacht, die ist dabei gefällt, ja. Tor! Ja, Tor! Und Tor! 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 Ibernarich! Was rennen die hin am Schirr, ziehst du die Schiedsrichter her, die Idioten. Also, es kann nicht wahr sein. Die Frage an ich werde ... Ja, das wird alles, dass ich gehört habe. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich liebe dich.